ja willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom h2 final max in der ersten folge haben wir die arabische welt abgeschlossen und jetzt wollte ich eigentlich erst nach halloween town gehen aber na ja mir ist ja noch eingefallen wir haben ja noch ein turnier hier freigeschaltet ja arena des lebens das könnten wir vielleicht auch mal machen weil es jetzt schon wann hier irgendwie angekündigt worden keine ahnung ja bevor wir irgendwann vollkommen reingehen sollten wir vielleicht mal jetzt so zu dem zeitpunkt machen wird schon nicht lange dauern und die luft ist rein keine schwur von den niemanden oder den herzlosen von dem moment zumindest was ist das die unterwelt arena was geht kreaturen der unterwelt haben sich einzig bekämpft wieder und wieder aber zweist fand keinen gefallen an der sinnlosen gewalt also hat er diesen ort versiegelt das ist ja wieder zugänglich irgendein namens das siegel gebrochen haben was war ein idiot willst du genau wo wir nach einiger zeit mal über uns treffen wenn euch langweilig ist dann geht und hilft euren freunden ich spreche mir einfach an wenn ihr an ein turnier teilnehmen wollt seine düstere verbräuchert hat seine wohltätigkeit also macht euch mal keine sorgen was sterben und so ihr solltet euch glücklich schätzen jahre wenn ihr gewinnt bekommt ihr jede menge fantastische preise es gibt mehrere turniere als kommt ruhig auch schon mal vorbei ja ein großartiger zeit vertreibt also ich würde einfach nur sagen natürlich sterbt naja aber ich hätte wäre sowas von sterben aber ein perfekter plan aber nein da haben wir irgendwas neues letzter sprung drücken wir haben möchte kommen abschluss an kurs und die gegner ach ja genau da bild 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 wir haben ein bisschen abilita mine ich habe auch bestimmt ich habe immer abilita ich kann auch irgendwas ausrüsten ich brauche eigentlich gar nicht jetzt kann ich ja wieder rufen auf der will und die weisen form muss ich noch auf können ich glaube wir kriegen aber gar keine erfahrungspunkte er hat gesagt unseren freunden helfen aber ich glaube wir müssen gar nichts mit denen machen geht trotzdem mal zum heroinen platz um zu gucken naja er ist also statt ob es immer noch ja und jetzt soll ich das sagen mit viel kommen glaube ich hier irgendwie so ohne kaputt machen und so aber dass man hat so wird kann man alles ganz ganz am ende mal wenn ich glaube 99 bin dann geht es jetzt richtig ab da ist endlich mal irgendwas womit ich meine mobilität ein bisschen erhöhen kann so was ist hier nochmal wenn die drei fleiste steht nicht zur verfügung aber die limit muss kosten weniger mp als sonst da nutzt man doch mal direkt aus waren die auch mal sieht kommen die restlichen dinge auch noch verloren seite die ignorieren aber ganz ist kalt noch ja an einen natürlich haben eine wo es war euch das läuft dann rein da einmal im mitzeigen und dann nie mehr so wird dann ablaufen und so rakete hebt ab ja ich werde schon ein bisschen mächtig neue schlissen schwert bekommen aus agra war ich glaube ja die leute leisten die ablauf durchgeschlitzt ich glaube nicht aber lasst mir den gedanken programmen reicht gar nicht ich meine die kombos ich komme aus an die lebens noch eine stimme ich glaube ja mehr treffer mann hat desto mehr von nebenan ja also war fängt man schon an die ablaufen wenn die angezogen ja ich hasse diese wenn ich dich jetzt gibt es noch nicht dass diese autos habe ich aber probleme scheiß gab es immer so knapp war zum teufel ich habe jetzt schon 500 punkte einfach die anrufe ziehen ja gar nichts ab die normalen ich bin echt nix abziehen gar nichts immer noch verlaufen jetzt ging die schaden ich war 1000 punkte oder sagen weil sie nicht passiert irgendwann jimnis tagebuch irgendwie glaube ich jetzt nicht mehr nichts ab doppelte punkte ja halt wo ich auf die gegner so zu diesem weg genommen bin ich eigentlich blöd war jetzt hier schon ja ich habe aber von da auf sehr gut der kleinzeit schon mal erlebt diesmal durch ein bisschen mp novel ich habe diesen sturm angriffen da bin ich eingeführt hat er auch vollkommen besiegbar ist während der zeit der macht ihn ja auch nicht die ganze zeit war ich will da weg springen kann weil es nicht wahr ist da hat oh mein gott jetzt habe ich keine mp mehr wenn ich blöd sagen auf den ungefähr ich brauche noch ein bisschen zeit bis ich meine mp allen dank ja kommt vergessen die brauchen den seinen angriff ist jetzt die gegner einfach an sich heranziehen wissen hat ja schon ein paar level höher ja ich kann das zieht gar nichts ab ich habe noch mal hier leben wir mal noch weiß ich vertreibst du machen wir eben so gerne angeführten so eine kraft ziehen weil jetzt kürzer hat ich kann mal mit ne okay danke ich fahre mal mit okay ahaha war dort ja länger als ich eigentlich geplant hatte auf zyklo oder auch ich kann doch hier aber ich ja jose danke ich wollte mich nicht allein wo sie angekündigt gefahrt und ich glaube ich ganz gezählt werden ich habe die werden gar nicht gezählt alter und stelle ich diesen stumm angriff oh mein gott oh mein gott ich habe gar nichts ab das ist aber blöd wenn man schild auf anfangen schiss ich habe wirklich absolut im minimum ihr abziehen steckt für manchmal sagt wir kommen noch jetzt noch mal der boss servus okay gehen nicht k.o.de zeit abläuft massiver hochland schon mal mp noch aufladen und gehen hier bei solchen fischern kaputt ich habe schon und schlüpfe ich kann gar nicht in einem stimmen und hier ist gleich alle kaputt werden so weit geht ich einfach dort in den strudel rein so ein tornado 16 minuten ist ja schon ja ihr fischer deswegen schon sagen was soll er ist der schnitz absichtlich in diesem kaputt aus dem boden weil irgendwas mit der treffe anzahl zu tun wie viele bälle ich bekomme da wer kommt jetzt irgendwelche gegner nur oder selber russell oh gott das hat mir angefangen nichts abziehen doch gegen schaden nochmal einsatz im ersten teil weil ich gar nicht ich glaube ja oh gott ich glaube ich sollte eher fliehen losgehen bei dem angefasst ausgerichtet war die konzentrieren sich nur auf mich beim ersten teil nicht so war nicht so auf mich fokussiert und sagen was da wollte aber hier kein verdammt haben wir ja nehmen so ist der falsche ja also nicht weiter gehen die magie alter hat würde es ein abschluss angriff machen oh mein gott kannst du mal auf die ist sich die ganze teleportieren ich krieg nicht hin ich krieg nicht im abschluss ansehen oh mein gott auch zur face wollen wenn ich im final fans aber er ist ein absoluter kindergeburtstag und er war ja voll einfachen gegensatz wie viel dafür die logik weil es da oben war krieg und das gott obwohl für mich nicht schlecht ich habe ja nichts zum auf ich habe ja nichts zum ausrüsten wortwörtlich damit doch mal anziehen nein nein wenn sie mich war es hat denn er hat sich doch nicht gelobt man wird herstellen glaube ich ganz mit mogi übernehmen sie weiter konnte schon dann haben wir ihn ja auch wenn schon hat zwei zusätzliche material verwendet ok ausgleich diamant trinken machen da kann von später mehr immer kaufen ich höre die maximale wenn man da ein dinger erstmal weg machen wo ist dieser eine sportgerät springen oder zwei gegnern da viel an jahr hat mich gerne muss hat eine neben befindliche gegner ist dieses eine ist schlack 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 dinge er muss nicht sein man bleibt ne das ist ehrlich gesagt doof weil ich schnell die ablaufen ist so habe ich da abgestellt wie kann ich nur so ok haben wir alles was du nix erreicht ja ich brauche eigentlich keine ap ist magie ach so magie im du ja wenn ich mir schon angeboten wird sp und schauen wir können zu nehmen und von teilweise weil du es dir leisten kannst ich nix haben wir ja noch was soll es hier so jetzt ein deutsch mächtiger habe ich neu schlüsselschwert weiter ja wenn taula kann man die weisen formen sehr gut aufhören passt mir gerade recht genau die waren wir ja aufleveln weil die helden form ist auch schon komplett aufgelettet erst mal die freund leiste müssen wir auch noch aufleveln also ja komm halloween town welches level bin ich ich weiß es gar nicht weil gar keine erfahrung der komponierer wäre noch zu schön gewesen ich denke wir haben vielleicht schon ein viertel aller level gemacht also level erreicht nicht welten ihr level so wie in stufe stärke das jacks schelling ja 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 seither ja 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 gruselige lichter und das liegt dass jeder kennt hat mir vor christmas viele können ja die filme noah wegen kingdom hearts habe ich gehört zu den glücklichen die dem film schon fucking kante und wo ich hatte so viel früher als kind hatte ich richtig angst vor diesem film aber mit so gruselig und ich war so ein schisser als kind also für mich war das nix früher als kind aber egal ich glaube die animationen haben es mir angetan damals ich bin bereit war übrigens vor allem fröhlich Und ich glaube, er meint Santa Claus. Warum sagt er Nicky Claus? Ach so, Nicky Claus. Boah. Schlimm kann das schon sein. So ein paar Skelette, die Jingle Bells singen. Warum nicht? Dann Wacke. Dann. 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 Ich habe die Kinder re remediefortsgesetzt, die Halloween-Town, Halloween-Town übrigens. Weil ich jetzt schon mit dem Weihnachtsdinger... tun sie ja schon eigentlich den gesamten film mit abdenken danach gibt es ja nichts mehr bei aller dingen könnte es noch weiter gehen und rücker von der fahrer in zweit film mehr oder weniger das thema in diesem spiel davon allerdings noch mehr filme können können sie in den zweiten teil über gehen weil er nicht bei einigen film ist er kein potenzial mehr weil wir diesen kindern trauen und ich habe es kaputt gemacht die roten Ha 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 ha! What's her mistake? Ja, Prioritäten. Ja, Jack ist glaube ich im Donaten Ersatz deswegen nehmen wir ihn aber erst mal so mp hast sehr gut das boost sehr gut so items nein nein drückt in high pushen in die hand genau ich würde gern speichern und beenden so hat dann speichern wir sehen uns ja nichts mehr platzpläckchen nummer zwei freien weg ich bin eigentlich alles so schon sagt bis zur nächsten folge